Moin, sind wir Morillos? Mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Bossguide. Heute zum Champion Viktor in Lies of P. Das ist für mich einer der einfachsten Bossgegner gewesen. Ich weiß nicht, wie viele Versuche ich gebraucht habe, vielleicht vier oder so. Der war relativ, relativ easy und damit ihr den auch so easy besiegen könnt, ich meine, guck mal, der Bosskampf geht knapp sieben Minuten, damit ihr den auch so easy besiegen könnt wie ich, zeige ich euch, wie ich den Dude bezwungen habe. Der hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war schon einer meiner Lieblingsbossgegner. Erstens, weil er übel gruselig aussieht und zweitens ist der Dude einfach ein cooler Kämpfer gewesen. Hier haben wir schon den ersten Angriff, dem weicht man einfach ganz normal aus. Also der stürmt am Anfang auf euch zu. Ich mache mir da schon ein bisschen Strom auf meine Waffe. Ich glaube, muss man nicht unbedingt Strom nehmen, man hätte auch Feuer oder Gift oder sowas nehmen können. Aber ja, ich hatte jetzt Strom auf meinem Dings drauf. Achso, kurzer Disclaimer, bevor es in den Bossguide geht. Ich zeige euch immer Gameplay von meinem Livestream, wie ich den Boss zum ersten Mal besiegt habe. Das heißt, ich übe nicht die Bosse danach noch 6000 Mal, um euch sie dann zu zeigen, um euch zu zeigen, wie toll perfekt ich gegen so einen Bossgegner kämpfe, nachdem ich ihn 100 Mal gemacht habe. Da könnt ihr nichts mit anfangen, sondern ich zeige euch das so, wie ich den Bossgegner besiegt habe, mit meinen Gedanken, die ich mir beim Fight gemacht habe, um euch genau zu erklären, was die Probleme waren. Das kommt also direkt aus der Praxis und ich habe nicht im Labor 600 Mal geübt, um den zu besiegen, sondern ich habe ihn halt so besiegt, wie ich ihn jetzt hier besiegt habe. Und das könnt ihr auch ganz, ganz einfach nachmachen. Also hier, wenn er ausholt, einfach um ihn herum ausweichen. Also nach vorne rechts einfach ausweichen. Ähm, genau. Wenn er denn dann diese, ähm, also bei ihm habe ich es eigentlich so gemacht, dass ich immer auf Abstand gegangen bin, ja. Also ich bin auf Abstand gegangen, wenn er das macht, bin ich um ihn herum ausgewichen. Also schaut euch das an. Ich gehe auf Abstand, hier habe ich erstmal ein bisschen geblockt, bin, habe ihn nochmal mein Leben wieder geholt, habe dann aber kassiert, also macht nichts. Also es ist vollkommen normal, dass man Schläge kassiert. Wenn ihr jetzt auf Abstand seid, dann geht er in seinen, in seinen Angriff über, schlägt euch und ich bin jetzt nach links ausgewichen, zack. Dann trifft er euch nämlich nicht und dann könnt ihr ihn zwei, dreimal schlagen. Ja, das ist sehr, sehr gut. Ähm, hier müsst ihr ausweichen, das könnt ihr nicht blocken, wenn er, er versucht euch nämlich zu packen. Also da ausweichen, ähm, ihr solltet auch im Skillbaum, mit, was man, wo man mit Quarz skillen kann, das geskillt haben, dass ihr, wenn ihr auf dem Boden liegt, also ihr liegt jetzt auf dem Boden, dass ihr dann eine Ausweichrolle machen könnt, sonst kann es nämlich sein, dass ihr euch doch nochmal tritt. Aber wenn ihr, äh, das geskillt habt bei, äh, Geppetto auf dem Stuhl mit dem Quarz, dass ihr auf dem Boden, ich glaube eine Stufe 2, äh, Dings ist das, dass ihr dann, ähm, ja, wegrollen könnt, ist das natürlich von Vorteil, weil dann kann er euch da nicht mehr, äh, nicht nochmal treten. Okay, also ich schlage ihn nochmal. Da habe ich ein bisschen einfach die normalen Angriffe geblockt. Ah, das war total dumm. So, jetzt wieder nach links, zack, ausweichen. Jetzt macht er nichts. Und links, und jetzt schlägt er nochmal. Ja, da hätte ich, äh, wieder ein bisschen blocken müssen oder so. Okay, da hat er auf meinen Aegis geschlagen, alles cool, ich zeige euch gleich, was ihr achten müsst. So, wenn er das macht, passiert eigentlich nicht weiter viel. Und, ah, warum bin ich da nicht ausgewichen? I don't know. Kommt, wird gleich besser. So, den, äh, wenn er treten will, entweder lauft ihr dann weg. Also, ja, wenn ihr das hier seht, hört auf zu schlagen. Ich habe jetzt halt hier schon geschlagen und konnte nicht so schnell loslaufen. Deswegen war meine einzige Option jetzt hier zu parrien, was ich dann halt auch gemacht habe. Aber wenn ihr gerade nicht schlagt, dann lauft einfach weg. Ja, wenn er rot wird, einfach nach hinten weglaufen. Der trifft euch dann meistens nicht. So, wir sind auf Abstand. Hier, wenn er den Schlag von oben macht, parriet. Ja, der ist voll easy zu parrien. Achtung, von oben, bam, einfach parrien. Da könnt ihr danach richtig schön draufholzen. Und, ähm, ja, Haltungsschaden ist natürlich immer gut, um einen tödlichen Angriff ausführen zu können. Das macht schön viel Schaden. Zack. Sehr angenehm. So, jetzt können wir da noch ein, zwei Mal draufschlagen. Machen wir nochmal einen harten Angriff. So, und jetzt gehe ich wieder auf Abstand. Wenn er das macht, okay. Wenn er anfängt zu reden. You're so weak. Lauft weg. Einfach umdrehen. Nicht mehr blocken. Weglaufen, ja. So, er fängt an zu labern. Lauft weg. Und einfach rennen mit Sprinten, ja. Mit Sprinten rennen, 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 rennen. Und danach könnt ihr ihm eine geben. So, jetzt müssen wir wieder aufpassen. Bei der Attacke halte ich meistens einfach mein Schild hoch und laufe weg. So, da wieder weglaufen, wenn er dasht. Ähm, eure Zeitfenster-Damage zu machen, ist eigentlich immer, wenn er dasht. So, jetzt wieder zur Seite ausweichen. Den zweiten block ich. Und danach schlage ich ihn, weil ich kriege dann halt meine ganzen Leben wieder. Ähm, ihr müsst verstehen. Ihr müsst nicht jede Attacke ausweichen. Ihr müsst nicht jede Attacke perfekt parryen. Ähm, es reicht auch manchmal, wenn ihr eine Dreier-Kombo macht, dass ihr die erste ausweicht und die nächsten zwei einfach blockt, ja. Also, es ist besser, ihr weicht einmal aus und blockt zweimal, weil ihr danach sicher seid, dass ihr ihn dann schlagen könnt und ihr kriegt eure Leben wieder. Als wenn ihr, ähm, sag ich mal, zweimal versucht auszuweichen, aber dem zweiten Mal nicht direkt ausweichen könnt und dann Schaden bekommt, weil dann könnt ihr eure Leben nicht wiederholen. Aber so kriegt ihr halt null Schaden, wenn ihr einmal ausweicht, so wie hier. So, einfach einmal ausweichen, zack, einmal ausweichen und den zweiten blocken. So, zweiter, dritter blocken, zack. So, und jetzt wie viel Schaden hat der mir effektiv gemacht? Okay, jetzt beim Tritt, weil ich den Tritt verkackt hab. Aber der macht halt dann fast gar kein Damage. So, jetzt wieder aufpassen. Ich halte meinen Aegis hoch. So, weil der wieder aufgeladen war. So, ich kann mein Leben wiederholen. Nach links ausweichen. Ich weiche eigentlich immer nach links aus bei ihm. Und bleib immer ein bisschen auf Abstand. Guck mal, wie easy das ist, oder? Ich steh einfach da, bin ganz geduldig. Er macht was. Ich weiche nach links aus, halte mein Schild hoch danach. Und schlag ihn dann einmal. Und nach links ausweichen. Oh, jetzt macht er mehrere Attacken. Easy. So, das war die erste Phase. Okay, Fazit zur ersten Phase, Leute. Weicht immer nach links an ihm aus. Also nicht nach hinten, nach rechts oder nach sonst wo. Nach links vorbei, um ihn herum. Nach links ausweichen. Und schlagt ihm dann in den Rücken. Bleibt immer ein bisschen auf Abstand, dass er seinen Dash nach vorne macht. Dann kriegt er die erste Phase auf jeden Fall easy hin. Das ist bei dem Dude eigentlich relativ, relativ easy. Und danach fängt er an, seine Power Raid zu trinken. Und dann geht's richtig ab. So, da zippe ich doch auch mal einen Schluck vom Käffchen. Okay, wenn er dann an seiner, ähm, sich seine Power Raid einverleibt hat, dann, äh, hat, dann reißt er sich sämtliche, äh, ja, Schläuche aus dem Gesicht. Er wacht quasi aus der Matrix so ein bisschen. So, und die Phase ist eigentlich auch nicht so schwer. Er dasht auf euch zu, ihr weicht nach links aus. Easy. Nach links ausweichen. Und wenn ich sage, nach links ausweichen, dann meine ich damit, nach links ausweichen. Und danach euer Schild, euren Block hochzuhalten. Nach links ausweichen und euer, den Block hochhalten, bitte, ja. Nicht vergessen. So, ich bleib wieder ein bisschen auf Abstand. Links und zack, zack. Und zack. Einfach, okay, das hätte ich parrien können. Ich bin nach hinten ausgewichen, auch in Ordnung. So, da will er mich wieder greifen, aber machen wir nicht. So. Da muss man ein bisschen im Rhythmus bleiben. Da macht er drei Attacken so ein bisschen. Ich habe ihm einfach meinen Aegis hingehalten. Der blockt da wieder schön für mich. Genau, er fängt wieder an zu labern. Ihr wisst, das heißt, was, wenn er labert. Wir sind die Wiedergeborenen. Was macht er, wenn er redet? Er rennt hinter euch her wie ein Verrückter. Und da müsst ihr rennen, 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 rennen. Wenn er labert, müsst ihr rennen. Und hier in der Phase macht er, glaube ich, sogar noch einen Angriff mehr als in der ersten Phase. Also lasst euch davon nicht verarschen. So. Da einfach blocken und parrien. Und nach links ausweichen. Schlagen. Schlagen. Ja. Genau, jetzt habe ich nochmal einen Fable-Angriff gemacht. Jetzt dreht er sich um. Da hättet ihr schon weggehen müssen. Nach dem Fable-Angriff weggehen. So, ihr wisst, wenn er labert, was macht er, wenn er labert? Er greift euch an mit 100.000 Schlägen. Und ihr könnt die Zeit zum Schleifen nutzen. Und links ausweichen und schlagen. Schlagen. Und weggehen. So, einmal den Aegis nochmal hingehalten. Ah, da will er euch wieder greifen. So, jetzt können wir ihm nochmal einen harten Angriff geben. Habe ich leider verkackt an der Stelle. Ah, okay, da war ich zu langsam. Und Achtung. Schlag. Schlag. Und bam. Den letzten könnt ihr, also ihr könnt die ersten zwei, den ersten zwei könnt ihr ausweichen bei diesem Schlag, ne? Wenn ihr das hier schafft. So, pass auf. Und wenn ihr das hier macht, ne? Ihr macht die Arme nach oben kurz. Und dann macht ihr wieder nach unten. So, Achtung. Schaut es euch an. Arme nach oben. Und macht das hier. Dann macht ihr einen Schlag. Zweiten Schlag. Den könnt ihr ausweichen. Und den könnt ihr jetzt parrien. Den letzten kann man easy parrien, weil der ganz einfach von oben kommt. Wenn ihr ganz geil seid, dann parriert ihr sowieso alle drei. Aber wieder nach links ausweichen. Und schlagen. Links. Okay. Das war der Tritt. Kommt, genau. In der zweiten Phase kommen zwei Dritte. Aufpassen. Habe ich aber auch beide parrien können. Und links. Achso, ja, okay. Da müsst ihr wieder weglaufen. Diesmal hat er nichts geredet. Was ein bisschen strange ist. Normal redet er immer. Und bam. Parrien. Oder halt einfach blocken. Alles cool. Wir können uns die Leben gleich wieder zurückholen. Wenn wir schnell genug sind. Und links. Leider nicht getroffen. Ich stand zu weit weg. Habe blöde ausgewichen. So, das hätte man parrien können. Aber ich habe ab dem Moment hier halt Angst gehabt, um ihn zu parrien. Weil wenn man es halt nicht schafft. Ich habe keine Heidrinke mehr gehabt. Von daher. Und. Genau. Da wieder einfach weggehen und blocken. Und links. Achso, okay. Ich habe meinen Aegis hingehalten. Jetzt habe ich keine Aegis-Energie mehr. Jetzt habe ich gar keine Leben. Und natürlich habt ihr zu dem Zeitpunkt ja auch schon den Würfel dabei. Und wenn ihr da ein blaues Teil reinmacht, dann könnt ihr euch mit dem Würfel ja auch nochmal heilen. Das heißt, ihr seht. Ich heile mich jetzt hier nochmal. Und nach links ausweichen. So, ich gehe wieder auf meine Ampulle. Und nach links ausweichen. Links ausweichen. Okay, das war ja rechts diesmal. Der hat mich ein bisschen blockiert. Und einfach nach links ausweichen. Ihr wollt immer auf Abstand bleiben. Chargen. Weicht nach links aus. Bumm. Ah, das geht auch. Da könnt ihr auch nach vorne ausweichen. Also wenn ihr den nicht parrien wollt, nicht den Schlag von oben. Einfach ausweichen und danach Schaden machen. So, jetzt habe ich meine Leben wieder. Guck mal, ich bin wieder komplett voll. Obwohl ich vor eben fast tot war. Geduldig sein. Einfach warten, bis ihr einen Charge-Angriff macht. Und ausweichen im richtigen Moment. Und zack. Er oder ich. Er oder ich. Und da hat er kassiert und einen schönen, ja, einen schönen letzten Schlag bekommen. Und damit ist der Dude auch schon tot. Und ihr habt ihn besiegt. Ich mache jetzt mal nicht. Ich mache jetzt mal hier Pause, weil danach passiert was. Und ich will nicht spoilern, was passiert. Ähm, ja, so besiegt man den Gegner. Ähm, ja, Fazit. Ihr bleibt auf Mid-Range. Wartet, bis er euch uncharcht. Weicht nach links aus und schlagt ihn. Wenn ihr die restlichen Schläge nicht immer blocken könnt. Also den Schlag von oben nehmen, mit beiden Fäusten würde ich versuchen zu barrieren. Ansonsten die anderen Schläge blockt ihr einfach. Wenn ihr da mal ein bisschen was kassiert habt, habt ihr ja genug Heiltränke dabei, um ihn zu besiegen. Ähm, genau. Falls ihr den Livestream sehen wollt, wo ich gegen den Dude gekämpft habe, dann schaut mal hier rein. Da findet ihr das komplette Let's Play. Ähm, wo ich meine, wo ihr meine Trice sehen könnt. Ich glaub, ich glaub, ich hab, es waren nicht viele Trice. Vier oder fünf oder so. Lass es sechs sein, keine Ahnung, waren nicht viele Trice. Dann hab ich ihn auf jeden Fall relativ schnell besiegt gehabt. Der war relativ einfach für mich, ja. Und in der anderen Playlist findet ihr sämtliche Videos, äh, Boss Guides, Tricks und Tipps, die besten Waffen und so weiter. Alle Infos über, äh, Lies of P. Ich wünsch euch was. Haut rein und stay pam. Ciao. Ciao.